Große Ziele. Bibis Sohn Leo Klaasen will Astrophysiker werden. Tritt Leo Klaasen, 4, in die Fußstapfen seiner Eltern? Punkt. Bibi, 30, und Julian Klaasen, 30, zählen zu den ersten großen deutschen YouTubern und hatten bis zu ihrem Ende auf der Videoplattform im vergangenen Jahr Millionen Fans begeistert. Der Weg für ihren Nachwuchs in die Welt der Influencer sollte also geebnet sein, doch der Kleine hat andere Pläne. Leo will Astrophysiker werden, wenn er groß ist. Auf Instagram teilt Julian ein Video, in dem seine Freundin Tanja Makarik, 26, ein Freundebuch für den Jungen ausfüllt. Auf die Frage, was er denn werden möchte, hat Leo eine klare Antwort. Der Vierjährige träumt von einem Dasein als Astrophysiker. Völlig normale Antwort, witzelt der stolze Papa dazu. Und auch Tanja findet, Leo ist kein normales Kind. Julians Freundin versteht sich blendend mit den Kindern ihres Liebsten. Dass er die mit seiner Ex-Frau Bibi teilt, ist für sie auch kein Problem. Kinder sind das größte Glück auf der Welt. Die bringen dir die größte Freude und die größte Liebe, betonte Tanja. Das Leben mit Leo und seiner Schwester Emily, 3, sei zwar eine Umstellung, aber das Schönste, was es auf der Welt gibt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017